Wird der deutschen Rentenversicherung der Finanzhahn abgedreht? Nochmalige Kürzung des Bundeszuschusses für das Jahr 2024. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24. Die deutsche Rentenversicherung unter der Federführung der Präsidentin Frau Rosbach schlägt ganz massiv Alarm. Die Bundesregierung hat in dem Haushalt 2024, ich betone es, nochmals den Bundeszuschuss gekürzt und zwar um weitere 600 Millionen und die deutsche Rentenversicherung unter Federführung dieser Präsidentin protestiert gegen diese Kürzung des Bundeszuschusses. Ich zeige Ihnen das mal in einer Pressemitteilung der deutschen Rentenversicherung vom 14.12.2023. Da steht geschrieben, dass der Bundesgesetzgeber, ich versuche es mal hier ein bisschen größer zu machen, dass Sie das auch besser sehen, der Bundesgesetzgeber hat im Haushalt 2024 aufgrund der aktuellen Situation den Bundeszuschuss zur gesetzlichen Rentenversicherung um 600 Millionen Euro nochmals reduziert, meine Damen und Herren. Es gab bereits letztes Jahr oder in dem eine vier Sonderzahlungen, die in Höhe von jeweils 500 Millionen Euro für die Jahre 2022 bis 2025 nachträglich abgeschafft wurden. Das heißt also auf Deutsch gesagt, dass wir hier Kürzungen haben insgesamt in dem Bereich von 5 Milliarden Euro. Allein für das Jahr 2024 1,1 Milliarden Euro. Damit bricht die Deutsche, damit bricht der Bund, die Bundesregierung wiederholt feste Finanzierungszusagen gegenüber der Rentenversicherung. So sagt es die Frau Gundula Rosbach, Präsidentin der deutschen Rentenversicherung. Mit der Verlässlichkeit von Zusagen, von Finanzzusagen fällt das Vertrauen in die gesetzliche Rente. Und das ist aktuell schwer erschüttert, denn die Bundesregierung hat hier einfach ohne viel Federlesens nochmal den Bundeszuschuss um weitere 600 Millionen reduziert. Die Deutsche Rentenversicherung sagt aber auch, dass aktuell keine Probleme bestehen im Hinblick auf die Auszahlung der gesetzlichen Renten. Die Rücklagen sind sehr gut gefüllt. Frau Rosbach bedankt sich nochmal bei allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitgebern, denn die Beiträge sprudeln aktuell sehr, sehr gut. Es gibt natürlich auch, das wissen wir auch, 1,1 Milliarden Euro an zusätzlichen Beiträgen für den Ausgleich von Rentenminderungen. Das ist auch ein neuer Rekord, den wir im Jahr 2023 zu verzeichnen haben. Das heißt also, viele Menschen in Deutschland haben hier auch nochmal extra Beiträge in die Rentenkasse eingezahlt. Und dieses Geld, meine Damen und Herren, gehört nicht der Bundesregierung, sondern das gehört unseren Beitragszahlern und auch Rentnerinnen und Rentner, die hart für ihre Renten in Deutschland gearbeitet haben. Ich kann nur eins sagen, Bundesregierung, Hände weg von der gesetzlichen Rente. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.